Musik 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 Verehrter, lieber Robert Hettig, verehrte, liebe Frau Rülf, liebe Gerda Dempholz, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie zur Finissage der Robert-Hettig-Ausstellung ausgewählte Momente zu begrüßen. Der gesamte Erlös dieser Versteigerung geht an die Stiftung Eine Chance für Kinder. Die Stiftung, deren Schirmherin Bettina Rülf ist, ich begrüße Sie hier nochmal ganz herzlich, ich denke schon, dass das, was Sie machen, ist so großartig und so toll, denn diese Stiftung bietet Schwanderen, jungen Müttern und ihren Kindern in sozial schwierigen Lebenssituationen Hilfe an, um eine drohende Kindesvernachlässigung und Kindesverwahrlosung zu verhindern. Meine Damen und Herren, diese Stiftung leistet unglaublich wichtige Arbeit für die Schwächsten in unserer Gesellschaft, für unsere Kinder. Wenn die Stiftung es schafft, dass es weniger verwahrloste Kinder gibt, die vergessen wurden von der Gesellschaft, ich denke, dann hat sie einen verdammt guten Dienst geleistet. Applaus 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 Applaus